Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Ja, so ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen umgeschaut. Irgendwie ist das Rezept kurioserweise weg, obwohl ich es in der dritte Tunnel der Liebe bekommen hatte. Auch gelernt habe in der Folge. Sehr mysteriös, warum ich jetzt das wohl wahrscheinlich erst jetzt mitgekriegt habe. Aber ich habe die letzten drei Streams, habe ich Schlinge in der Reihen zu Salamibrötchen verarbeitet, weil es Endeffekt dasselbe ist. Ja, aber ich hatte halt so viel Schlingerbrei, Bramenmilch wird in meinem Camp produziert, deswegen ist es an und für sich genau dasselbe. Ich hatte auch Salamibrötchen noch Dings und ein bisschen was bei Nuka World einfach mit eingesteckt. Dementsprechend, ja, ich habe die letzten drei Wochen quasi das noch nicht hergestellt. Deswegen merke ich es auch jetzt, wo ich es herstellen will. Und es hätte mir Klinkhorn mehr gefehlt. Was mich sowieso ein bisschen stutzig macht, weil alle anderen Charaktere von mir besitzen den Bauplan. Warum der Elpecha das jetzt nicht mehr besitzt. Okay, nicht so schlimm. Mach halt weiter Tunnel der Liebe, hol ihn mir wieder neu. Ist auch nicht so schlimm. Kriegen wir auch irgendwie hin. Zur Not, ich kann auch auf Salamibrötchen umgehen. So. Aber das dazu, dann fehlt er jetzt halt wieder. Es ist halt so, ja, man hat halt mittlerweile so viele Baupläne gelernt. Und erst wenn man sie dann wirklich braucht, dann merkt man, dass sie fehlen. Ich habe keine Ahnung, seit wann er fehlen könnte. Ich habe sogar noch auf Video, wann ich ihn gekriegt habe. Das ist ja so das Genialste. Gerade beim Elpecha ist das relativ gut nachvollziehbar. Na ja, mal gucken. So, wir machen jetzt aber ein bisschen Atlantic City. Ich muss jetzt meinen Frust irgendwie an irgendjemanden auslassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Blutbefleckt hier überhaupt durchrennen können. Schnell genug und alles. Ich bin jetzt nur halb gebufft. Schauen wir mal. Hat so eine Not, ich habe den Alienblast dabei. Ja, ja. Gut. Nähere dich dem Spielbereich. So, dann wollen wir mal gucken hier. Überwucherten Hüter. Ich habe keine Ahnung, wie die sich jetzt hier macht. Oh. Nicht boxen. So. Aha, aha, aha. Irgendwo da hinten. Ach, der Heiler muss weg. Alter, ihr wollt mich aber heute auch tot sehen, wa? Aber mal mit Einzelschuss hier durchläuft. Mal kurz ein bisschen AP laden. Eigentlich harte Limousin, wa? Warum mach ich das nicht? Wäre doch ein bisschen angenehmer mit der Refresh-Ladung hier. Irgendwo ist noch ein Ballon. Oh Gott, das hätte ich sein können. Ja, hättest du. Zuck ich mal in Ruhe hier jetzt. Schlimm mit euch. Ja, ein Hindernis weniger. Da habe ich gleich Hunger drauf. Immer noch Hunger. Gib mir mehr. Bist du jetzt von mir? Okay, da hat mich ein Raketenwerfer erwischt. Stimmt, ich habe ja jetzt hier kein Feuerfest drin. Da wäre hier nicht Feuerfest besser als Adamantium. Nö, so. Ja, gleich. Immer eins nach dem anderen. Mal die Heiler weg. Hat er mir... Ja, okay, ich mache Feuerfest wieder rein. Gegen die Raketen komme ich sonst nicht an. Die hauen mich ja instant aus dem Latschen. Das ist nicht so cool. So, machen wir hier mal so. Und machen wir mal so. Dann müsste ich eigentlich den Eintreffer wenigstens überleben von den Raketen. Ich bin hier drüben. Weil es ist ja der Hüter. So, Gefängnisschlüssel. Dann machen wir euch mal frei. Jetzt nochmal schnell die anderen. Ja, ist ja gut. Bin ja schon da. Der erste Vorhang fängt. Doch der zweite Akt wagt schon. In den Tiefen. Mit Mutter die Show leiten. Niemand trotzt dir. Oder enttäuscht sie. Naja. Niemand trotzt dir. Oder enttäuscht sie. So, haben wir hier noch... Welche? Ja. Halt. So. Und. So. Dann haben wir das auch fertig. Hab Hunger. Warum gibt mir denn hier keiner was zu essen? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Pistole eigentlich sich auf die Bosse hier so ein bisschen einschießt. Ob das überhaupt klar geht. Jetzt treten wir gegeneinander an. Das Spiel wartet. Also lass auch mich nicht warten. Ich kann... Ich kann auch. Du kannst noch? Okay. Ja auch. Was ist... mit dem Preis? Den kriegst du nicht mehr. Deine Krone! Ist das nur möglich? Äh. Du taugen! Wied! Nervt. Wie wirkt das nicht so? Du hast die Hilfe. Das ist ein Schaden. Ich verliere es mehr als du! Du verdienst es gar nicht. Aber der Kaugummi-Bär, der verdient es. So, du auch nochmal. Kein Problem. Also hier so in engen Räumen ist ja mal mega. Du auch nochmal. Ja, ihr kommt alle her. Ich erschieße euch alle. Ich sollte es nach Hause schaffen. Ne, dann schaffe es mal nach Hause. So. Einmal rein hier. Jetzt haben wir noch neun Minuten. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendetwas Schlimmes wie... Beschütze. Beschütze mag ich hier überhaupt nicht. Oder eskortiere. Anspruch den Haibau. Ja. Zum ersten oder zehnten Mal. Falls ihr euch je missverstanden gefühlt habt oder von eurem wahren Potenzial zurückgehalten werdet, Mutter sieht euch. Ich möchte, dass unsere tapferen Teilnehmer im Haibau ihre Dominanz unter Beweis stellen. Beansprucht euer Territorium. Verteidigt es gegen alle, die euch entthronen wollen. Haltet bis zum Ende durch. Dann tretet ihr im großen Finale für mich persönlich auf. So. Nein. Noch nicht weiter watzen. Ich muss erstmal das Ding beanspruchen. So. Jetzt können wir uns fetzen hier. Ist das alles? Ja, das ist alles. Was? Daneben. Nein, kann es auch nicht. Vorsichtig bleiben. Bleibst du mal hier? Gibt keine Preise mehr. Hier werden alle umgebracht. So sieht's aus. Nö, nö. Warum sollte ich auch? Lass mich doch mal looten. Dann haut er mir hier... Raketenwerfer direkt ins Gesicht. Doch. Das bist auch du. Das war nicht mehr. Weit. Dump, 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 dump. Ein Hindernis weniger. Mhm, 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 mhm. Ah, kommt schon der Nächster. Nein. Ich kann. Ich kann auch. Du kannst noch? Okay. Ich habe aber da gerade das Gefühl... Ja, habe ich noch nicht wieder umgewechselt vom Kochen. Wartet kurz. Hier frage ich mich auch, wo. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. So. Ist sie hier drin mit der Knarre? Geil. Macht Spaß. Auch wenn sie jetzt nicht so viel Schaden fährt, wie jetzt zum Beispiel alles andere, aber... Macht Spaß. So fähige und folgsame Kinder. Die Belohnung ist zum Greifen nah. Betretet die Gewinnerbühne, meine Kinder, und bietet für mich einen letzten Akt dar. So, dann wollen wir gucken hier. Es läuft auf einen Kampf zwischen zwei Siegern hinaus. Beide für sich gesehen, wie es da war, der durchsagert. Guter Treffer. Na? So, mit Kollege. Ja, hauen kannst du nicht so gut. So, jetzt bist du dran, weil du nervst. Wie sie trotzdem noch weiter schießen kann. Also, sie sheetet. Aber stören tut mich das immer noch nicht. I have Rüstung. Wie trickreich. Sensation ist kein Titel, sondern eine Verkörperung von Vitalität, Entschlossenheit und Talent. Heute hast du dich als unsere Sensation erwiesen. Wäre so lange darum kümmern. Mal raus hier. Passt. Ging mal wieder recht fix. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die jetzt hier in dem Spiel sogar relativ gut geht. Also, man merkt, dass die meisten Viecher hier keine Energieresistenz haben. Das merkt man hier wirklich. Sogar sehr stark mit der Pistole. So, guten Morgen. Dann wollen wir hier gleich nochmal ein bisschen plündern, weil wir es können. Nehmen wir auch nochmal mit. Und Nuka Colas. Nehmen wir auch mit. So. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch wieder nach Hause flitzen. Bereit zum Aufstieg? Ja. Spring rein, dann geht's. Dann wollen wir mal gucken. Bauplan kriegen wir ja jetzt nicht mehr. Aber. Vielleicht ist ja noch was anderes Schönes dabei. Chameleon. Anstachelnd. Ultrazit Gatling Laser. Ne. Jäger. Problemlöser. Kammerjäger. Schwergewicht. Die Briefmarken. Die Briefmarken sind das Beste. Und die Stimpacks. Und das eine Stimpack. Wollt ihr mir an? Das eine Stimpack. Das ist das Beste daran. Ne. Aber mit den Briefmarken kann man eigentlich schon. Schön schon treiben. So. Jut. hätten jetzt eine speisende hungrige, eine super mutanten horde geht's ja aber los, Lightwolf eigentlich müsste ich speisende hungrige mal machen, weil mir geht langsam die Fleischkonserven so ein bisschen aus wenn wir jetzt sowieso schon auf so einem Foodstrain stehen gut, für mich ist Fleischkonserven halt immer einfacher als zum Beispiel wie ist das, Eichhörnchen Eintopf irgendwann mit Eichhörnchen kein Tier Eintopf wenn man sogar gerne auf den Kopf schießt nur damit man den Effekt nochmal sieht schlimm so ne ich hab doch Geduld ich starte aber schon mal so wo da oben machen wir erstmal da oben frei gut drum, 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 drum so, was haben wir hier? wir haben hier Gemüse die guten Puffel Fleischaroma Fleischaroma mhm eine Kakerlake nochmal Fleischaroma können wir eigentlich schon fast einmal reinschmeißen müsste schon fast fertig sein hoppala nicht schon runterfallen hier haben wir nochmal Würfel Fleischaroma ich weiß jetzt gar nicht was fehlen könnte Gemüsemischung gucken wir mal eine Gemüse Achtung dies ist jetzt eine Gefechts die ist jetzt eine Elektrozone so dann wollen wir das ganze Ding mal starten mhmhmhm so gucken wir mal böse Befreier böse Ratten ich habe noch die ganze Zeit extra Wurst mit drin sollte ich mal fix rausnehmen jetzt kriege ich gleich zu viel freshen pressen so okay die wollen jetzt eher mich angreifen anstatt die Maschine gut wenn es denen Spaß macht soll es nicht mein Problem sein muss nur aufpassen dass die Maschine da oben nicht kaputt geht na da kommen schon die nächsten erwischt ne ich habe dich doch gesehen jetzt bleib doch mal hier das klappt so nicht meine Freunde ah die hängt wieder so auf der Matte drauf dass man nicht von unten schießen kann böse böse Ratte ich finde diese Matten hier sowieso ein bisschen unnötig vordere wird gerade angegriffen na komm jetzt keine Heldenlandung hier wo denn ach da da war noch dran vorbei ja jetzt dann wollen wir mal gucken was geht kaputt oder was ist kaputt Sicherungskasten oder was das Rohr oben ja ist ja kein Problem reparieren wir mal kurz das Rohr die drei Stahl die haben wir ja übrig so jetzt wird auf Gude gewechselt schön elektrifiziert hier vorne wird nicht drauf rumgehaupt so jetzt kann ich mich ja eigentlich hier vorne hinsetzen muss nur mal kurz immer vordere im Augen behalten oh ob er das noch mitkriegt äh kam er hier jetzt hätte ich gerne so zwei Minuten Counter dann kriege ich ja noch eine Fleischkonserve dann kriege ich ja noch eine Fleischkonserve ja ok hat es verstanden sehr gut einmal kurz abstauben geht ja immer bei Speisen der Hungrigen ist ja jetzt auch noch für sich auch kein schweres Event und er ist ja mit seinem süßen unterwegs oh Gottchen 21 kann er sie gebrauchen mal ein bisschen leveln mal ein bisschen leveln so was haben wir denn heute für ein Problem den Sicherungskasten so so lass dir mal oben die Steuerungskonsole kann er noch rein? nö ne kommt nichts mehr keine Nachzügler heute gut haben wir nochmal guten Fleischkonserven gekriegt EpiFood wieder für 5 Stunden gerettet so haben wir noch Fusionskern nö haben wir nicht denn wollen wir mal gucken wir haben ja jetzt hier noch eine Horde die wollte ich ja vorhin schon machen da machen wir sie jetzt einmal kurz erpieksen und dann passt das ich glaube ich muss sie erstmal finden ja ich muss sie erstmal finden so was haben wir so Super Mutanten Horde also kann es nur Huntersville sein nirgends wo anders na komm Floaties nehme ich aber trotzdem nochmal mit einmal Floaties mitnehmen kommts hallöchen hallöchen aufstehen jetzt will ich die Epi noch haben hier wenn man auf die Epi nicht mehr achtet so dann holen wir uns mal das kleine Hörtchen hier oh niemand oh niemand oh niemand hmmm alle getroffen Jawoll. Natürlich kann ich euch alle töten. Minigun. Nein, mit Raketen heute nicht. So. Haben wir auch die kleine Horde mit bei. Oh, ich da oben mache ich aber trotzdem noch mal alle. Ach, Quatsch. Meine Zeiten sind mir rum. Jetzt müssen wir aber einmal verwerten gehen hier. Ja, das komme ich hier nicht mehr vom Fleck. Einmal schnell hier. Gabut machen. Sind hier zwei Lasergewehre runtergefallen. Na, ich glaube der Hirsch ist sogar ausgefallen. Der böse, böse Hirsch. Aufwerten reicht ja schon. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.